Apulien Die Region Apulien liegt in Süditalien. Regionen Apulien gliedert sich in die Provinzen Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Barletta Andrea Trani und Taranto, DT, Tarent. Reiseregionen von Nord nach Süd. Tremiti-Inseln Gargano, Halbinsel im Norden der Provinz Foggia. Tavoliere, große Ebene um Foggia. Adria-Küste Barletta Bari Monopoli. Morgia, Oder-Morke, Kalkhochebene im Hinterland der Küstenstädte Trani, Bari und Brindisi. Bekanntester Ort ist Alberobello mit seinen Trollis. Arco Ionico Tarantino, westlich von Tarent gelegener Küstenstreifen. Salento, der Stiefelabsatz Italiens. Orte Bari, Regions Hauptstadt Apuliens Brindisi, Fährhafen an der Adriaküste von Salento vor Giagalipoli, Hafenstadt an der Westküste von Salento, am Ionischen Merlecceo Tranto, Städtchen an der Adriaküste, zuunterst am Stiefelabsatz des Salento Taranto, DT, Tarent, Trani. Hintergrund Die Adriatische Küste ist überwiegend felsig, mit Kieselstränden. Die Ionische dagegen ist flacher und sandig. Schöne Sandstrände findet man an den Küsten des Gargano, bei Trani, allerdings etwas überlaufen, und nördlich von Barletta, sechs Kilometer dunkler Sand. Bei Polich Nano-Mär liegen ruhige Felsbuchten, die Strände um Monopoli sind dagegen etwas rummelig, da sie in Parzellen aufgeteilt sind. Anreise Die Anreise nach Apulien kann per Flugzeug, Bari oder Brindisi, mit Hapakleut Express und Rainer, Bahn oder Automobil erfolgen. Wer die Eisenbahn gewählt hat, bewegt sich in Apulien mit den Ferrofidel Sudest fort. Mit der Ferrofidel Sudest kann man verschiedene Orte auch mit dem Bus erreichen, da die Bahngesellschaft auch Buslinien unterhält. Die beschwerlichste Art nach Apulien zu gelangen ist das Automobil, vom Brennerpass nach Lecce zum Beispiel sind es etwa 1200 Kilometer. Aus der Schweiz und Südwestdeutschland fährt man über Mailand und weiter auf der, bei Modena bringt die den Verkehr aus Bayern und Österreich über den Brenner dazu. Weiter fährt man aus der bis Bologna und nimmt dann die, die vor allem um Rimini in der Feriensaison oft von Staus betroffen ist. Südlich davon geht es vorbei an Ancona, Pescara bis Bari und zum Autobahnende bei Tarent, entlang der Adria für die als Schnellstraße ausgebaute bis Brindisi und Lecce auf der Halbinsel des Salento. Am schnellsten gelangt man per Flugzeug dort nach Apulien, wobei dann wieder auf Bus, Bahn oder Leihwagen umgestiegen werden kann. In Bari und Brindisi befinden sich wichtige Fährhäfen, die mit Auto- oder Personenfähren aus Kroatien, Dubrovnik, Montenegro, Bar, Albanien, Dures, Lore und Griechenland, Igumenica, Batras, erreichbar sind. Mobilität Die Küstenstädte sind während der Woche sehr gut per Bahn zu erreichen, auch die interessanten im Landesinneren sind zu erreichen. Allerdings ist ein Auto wesentlich praktischer, insbesondere da zahlreiche Sehenswürdigkeiten zwischen 12 und 16 Uhr nicht geöffnet haben. Am Wochenende, insbesondere Sonntag, ist ein Fortkommen ohne eigenes Auto so gut wie unmöglich. Sehenswürdigkeiten Apulien ist gespickt mit Sehenswürdigkeiten, da es uraltes Kulturland ist und von den geheimnisvollen Daunieren, Peuketieren, Messerbieren über die Griechen, die Römer und den Byzantinern bewohnt oder beherrscht wurde. Wer die Hauptstadt der Magna Grätscha besichtigen möchte, sollte nach Tarent fahren. Die auffallendsten Baudenkmäler in Apulien stammen meist aus der Zeit Kaiser Friedrichs II., wobei besonders eindrucksvoll das Castell del Monte zu nennen ist. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Gravine, tief in das Kalkgestein der Murke eingeschnittene Täler, deren Stallwände häufig zum Bau von Felswohnungen benutzt wurden, wie Z.B. in Massafra, Mortola. Vor allem aber ist Apulien ein Land der Romanik, in allen Kustenstädten aber auch im Hinterland finden sich bedeutende romanische Bauten unter denen folgende herausragend sind, Trani, Bari, Molfetta, Droja, Monte Sant'Angelo, Canossa, Bitonto. Das Itratal ist die Sonne de Trulli, wo die weißgekalkten Rundbauten mit den Zipfelmützartigen Runddächern überall zu sehen sind. Hier ist besonders Alberobello zu nennen. Orte an denen frühgeschichtliche Hinterlassenschaften zu besichtigen sind, gibt es reichlich. Daunische Fundstädten gibt es rund um Foggia, die Poikettier waren in der Terra di Bari zu Hause, während die Messapier im Salento angesiedelt waren. Besonders interessant ist die Ausgrabungsstätte Egnatia, nicht weit von Fasano, an der Adria gelegen. Messapische Ruinen kann man in Manduria bewundern. Eine weitere Attraktion ist die größte Tropfsteinhöhle Apuliens, wenn nicht sogar Italiens, bei Castellana Grotte gelegen, wie schon der Name verrät. Verliebhaber moderner Unterhaltung sorgt der Safarizonal Fasano. Freunde der Paläontologie sollten Altamora aufsuchen, wo Höhlenzeichnungen und Saurierspuren zu sehen sind. Masso, befestigte Gutshöfe, Masseria Salamina ist der Name des Gutshofs seit dem 16. Jahrhundert, als Doseppe Salamina eine bereits bestehende Ansiedlung erweiterte und Oliven auf mehr als 200 Hektar ansetzte. Diese Bäume existieren heute noch und sind damit mehr als 400 Jahre alt. Die Masseria war befestigt, weil sich die Bevölkerung jener Zeit vor Sarazenischen Piraten zu schützen suchte, diese kamen von den Küsten und überfielen vor allem ländliche Gebiete, um so an Waren und Güter zu gelangen und nahmen diejenigen, die sich nicht wehren konnten, gefangen. In den folgenden Jahrhunderten wurden einige bauliche Veränderungen vorgenommen, um die imponierende Anlage den landwirtschaftlichen Bedürfnissen jener Zeiten anzupassen, ohne jedoch das Aussehen zu verändern. In der Masseria gibt es eine Kirche, die sich in Form eines lateinischen Kreuzes darstellt, aus dem das Mauerwerk der Seitenflügel hervorsteht. Das Eingangsportal ist um zwei Stufen erhöht, von rechteckiger Form und von einem vorspringenden Rahmen aus Stein umrandet. In der Mitte des Tragbalken befindet sich eine steinerne Schriftrolle mit der Aufschrift Aritas 1792 oberhalb von Aktivitäten Fahrradfahren Durch die Provinz Lecce führen aus GE schilderte Radwege. Hotels und Massens stellen für ihre Gäste Räder bereit. Es ist geplant, das Netz stark auszuweiten. Realisiert sind Routen um Cesine, Rocca, Torre del Orso, Otranto, Alimenesee und Porto Bad Ischio. In Arbeit sind Abschnitte bis nach Santa Maria di Loica. Auf normal befahrenen Straßen gibt es reine Radwege und Radspuren. Der passionierte Mountainbiker Odo Corrado organisiert Radtouren durch das Salento, verleiht Räder und hilft bei Pannen, salentonbike.it, italienisch. Küche Oricchiette, italienisch, Örchen, sind eine typische Pastaart und das Nationalgericht in Apulien. Sie werden aus Hartweizengräß, Semola di Granoduro, Wasser und Salz hergestellt. Traditionell werden sie mit Stängelkohl, Zimdireb oder mit Tomatensauce gegessen. Es gibt jedoch noch viele weitere regionale Zubereitungen der Oricchiette. Cacio Cavallo ist ein Käse, der in Apulien meist aus Schafsmilch hergestellt wird. Neben der üblichen Verwendung wird er im Restaurant vereinzelt auch als Heißbratkäse als Beilage, Contorno, oder Hauptgericht, Secondo Piatto, gereicht. Prosciutto di Fetto stammt von schwarzen Schweinen. Die Schweine leben halbwild in Wäldern und ernähren sich von Kastanien, Eicheln und anderen natürlichen Futter. Das Dorf Fetto liegt in den daunischen Bergen. Klima Als Hauptreisezeit gelten die Monate Juli, August und September. Wer im Mai, Juni oder Oktober fährt, hat Apulien fast für sich allein. Als Hauptreisezeit gelten die Monate Juli, August und September. Vielen Dank.